Hallo Internet und Hallo YouTube! Ja, gerade habe ich noch geflucht oder angepieselt, bin sowieso noch innerlich auch noch immer. Ja, letzten Part ja wirklich mit rumbekleckert wieder, weil ich nicht speichern konnte. Egal, dann fahren wir halt wieder von vorne, das der hat, das ist ja wurscht. Was hat denn ein Milchtrinker wie ihr hier draußen zu suchen? Ihr teilt zu eurer Barung? Was wollt ihr denn tun? In Tränen ausbrechen? Ja! Ach, du wirst das auch bereuen. Oh Gott! Euer Tod ist mehr Ehre. Ja, mir auch, deiner. Stirb. Stirb, du. Undankbare Gegnerin. Hm. Den möchte ich haben, den möchte ich haben, das möchte ich haben, das möchte ich haben. Brauche ich nichts, jetzt muss ich 71 abbauen. Haha. Toll, wie machen wir das jetzt am Bösten? Toll, das brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Ja, nicht. Brauchen wir unbedingt kein mehr. Noch 21. Noch 11. Dino, gehabt, gebraut. Da liegt sie. Und ist tot. Ist aber schuld, wer sich mit mir anliegt, der muss sterben. Dann machen wir einen neuen Schmäh. Ich gehe jetzt nochmal nach Richten zurück. Jetzt meine Sachen verkaufen. Ich werde überlegen, ob ich mir endlich eine andere Rüstung zulege. Wahrscheinlich wäre es nicht blöd. Okay, ich kann jetzt überlegen, ob ich eine andere Rüstung. Ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob ich jetzt auf Stahl umsteigen. Das war wirklich Instant-Kill vorher. Da, was weiß ich, ist Instant draufgehe. Ich habe gehört, dass sie die Dämmerwacht wieder zum Leben erweckt wurde. Oh mein Gott, was mit ihm erzählen muss. Ich habe mich den ganzen Tag nicht zum Reden aus, um es mir zu erklären, dass die Dämmerwacht wieder... Schauen wir mal zu Helges Herberger rein. Das glaube ich auch. Besser. Oder? Das ist wahr, es ist ja nicht. Ich bin hier schon in ganz Himmelsrand verkauft und komme gerade so über die Runden. Ich bin nicht hier, um neue Freunde zu finden. Und ob ihr mit eurem Kauf zufrieden seid, interessiert mich nicht im Geringsten. Ich brauche nur das Geld. Je eher ich aus Himmelsrand verschwinden kann, desto besser. Ist das euer Ernst? Ja. Der Krieg zerreißt das Land. Die Drachen sind zurückgekehrt. Himmelsrand entwickelt sich nicht zum Positiven. Ich an eurer Stelle würde hier verschwinden, bevor ihr in einem dieser Steingräber endet. Ja, damit rechne ich auch. Kommt wieder, wenn ihr mehr Gold ausgeben wollt. Ihr findet mich auf dem Markt, wenn ihr den Westen individuell gefällt. Jawohl. Das Einzige wärt ihr interessiert daran ein wenig Material für mich. Ja. Ich suche ein paar Gegenstände für mein nächstes Werk. Zweimal. Leider nicht. Vor ein paar Monaten war es treu. Nicht, dass man dagegen irgendwie vorgehen könnte. Er hat gute Beziehungen zur Liebesgehe. Sollte dir auf dem Markt, ich bin zwar ein Geborener, aus Krön, ich hoffe eines Tages herauszufinden, was genau mir zugestoßen ist. Aha, wer hat das machen können? Dass ich in eine Decke, als uns vorher lange, wenn ihr unterwegs etwas findet, das mir die gesuchten Antworten geben könnte. Ich danke euch. So, wie soll ich auf die... Ja, das ist immer so. Ich muss lustig diese Quests. So sind diese Quests abgelegt. The Light of the Moon. Viel am Light abgelegt. Äh, erlegt. Bitte, helft mir. Ich werde meine Arbeit bei der Fischer... Meine... Ich... Wenn ihr einen Heiltrank für mich hättet, könnte ich meinen Körper vermitteln. Ich werde euch eure Güte... Hier. Nehmt das. Mehr kann ich euch für euer Geschenk leider nicht geben. Wenn ihr nicht an meinem Rüstungsstand auf dem Markt vorbeikommt. Oder wollt ihr unbedingt krimieren. Habt ihr etwas für... Ich würde es begrüssen, wenn ihr eure Hände bei euch behalten könntet. Arbeit? So kann man es wohl auch... Arbeit? So kann man es wohl auch nennen. Ich nenne es Sklaverei. Ich arbeite mir die Finger... Seit meiner Eltern starb, also sitze ich hier fest. Während dieser... Es ist nicht nur die Arbeit. Es ist alles an ihr. Sie ist widerlich. Ich glaube, sie nimmt ihre Verehrung der Dibella ein wenig zu wach. Wisst ihr, dass sie allein im letzten Monat mit drei verschiedenen Männern geschlafen hat? Welche Frau tut denn so etwas? Wenigstens einmal würde ich gern sehen, wie sie sich bindet. Es ist so richtig unter die Nase. Ja, das stimmt. Ich weiß zufällig, wenn ihr ihr drei dieser Zeichen unter die Nase halten würdet, dann wäre ihr das so fremlich. Ich weiß nicht, was sie dann tun wollen. Davon laufen? Ach, das wird... Danke. Wirklich? Ich habe ein schlechtes Gewissen. Ich habe gesagt, wie glücklich wir uns schätzen können, für eine so wohltätige Familie zu arbeiten. Also verzau, wenn mich irgendjemand dabei erwischt, es ist irgendetwas Schlechtes über die Brauerei oder die Familie sage, bin ich ein toter Mann. Egal. Ich bin schon die vierte Person, die im laufenden Jahr an der Verkostungstheke arbeitet. Die letzten drei liegen am Boden des Honrichsings. Hört auf mein Rad und verschwindet aus Rüfter. So schnell ihr nur irgend könnt. Okay. Bei uns schmeckt der Laufstück aus der Klasse. Der ist doch unser absolut. Der ist der Begleitung. Sicherer Reisung. Sicherer Reisung. Sicherer Reisung. Okay. Das ist sehr interessant. Kann man nehmen, was ich will? Okay. Sehr zuvorkommend, die Herren und Damen der Gesellschaft. Oh mein Gott, ich rede mir so viel wie Wasserpfeile, ach Gotschön. Ja, ja, bei uns kommen wir aus, tschau tschau, papa, habe ich Ehre. Gibt es denn in den Keller? Sind da die Leichen vergraben? Nein, sind sie leider nicht. Hätte mich auch ein bisschen gewundert hier in den Spielen. Muss ich schon sagen, wenn hier ein paar Leichen vergraben werden. Gut. Vier Aufträge in Riften, wie habe ich das jetzt gemacht? Quest. Boah, viel zu viele Sachen, die ich mache seitdem in Riften, ich will nicht. So. Was mache ich denn hier ein? Bees and Barb. Aha. Wow. Und zum Abschluss haben wir für die tapfersten Seelen den Klippenrenner, der aus Feuerbrand beim zyrodeilischem Brandy flimm und zu Jammer gemischt wird. Klingt interessant. Oh, wie tust du das? Oh, wie tust du das? In der Schwarzmarsch ist es Tradition, einem möglichen Partner einen einzigartigen Hochzeitsring zu schenken. Ich habe den Goldring bereits. Aber ich hatte gehofft, dass ihr mir das anbietet. Ich hielt es nicht für angemessen, euch um einen solchen Gefallen zu machen. Oh, egal, mache ich ja. Danke euch. Ach, wirklich? Ach, wirklich? Wasp, wasp? So, wasp? und außerhalb der Echow-Deep Mine. Die Sache ist, sie sehen wie mercenari, aus zu keinem gut. Das ist wirklich awesome. Was macht ihr das? Ich habe sie nie gesehen, und sie sehen wirklich schwer. In addition, die Echow-Deep Mines sind nicht ein Ort, die Menschen gehen. Es gibt mythen über sie. Was ist das Problem? Was ist das Problem? Was ist das Problem? Ich habe sie aber nicht needed. Ich habe sie mal wieder links zu lassen. Ich habe auch so viele Verrömmliche Geräusche. Ich denke, dass sie das andere Kleine häst. Wer zu den Mines gehen ist nicht einfach. Ich habe das eine guarde zu schauen, aber sie sich einfach nicht nehmen. Ich habe jemanden ge Informationen zu sehen, was passiert. Würde dich mal nachdenken? Bitte? Nein. Nach ein paar Waren. Die Stadt muss wissen. Nein. Oh, oh. Oh, ich habe einen Blick. Oh ja, meine Damen und Herren. The End's the End Gate. Jop. Ah, ich kann mir jetzt wirklich die Bolli. Meine Mutter ist die Priesterin von Thanos. Sie lehrt seine Wege und hütet den Schrein. Ich bin mir leider nicht sicher, ob sie die richtige Botschaft vermittelt. Nick Zill mit denen in den Streit. Ulfric's Absichten so ehrenhaft sind, wie sie glauben. Ulfric interessiert sich nur für sich selbst. Alles andere ist nichts als Augengeschrei. Ich wäre euch dankbar, wenn das unter uns bleiben könnte. Ich will nicht, dass meine Eltern noch ein Kind haben. Ja, in der Tat. Ich bin Macon Schwarzdowns Geschäftspartner. Bis jetzt waren wir... Mein Name mag ja nicht auf dem Etikett stehen, aber mein Blut, mein Schweiß und meine Tränen stecken in den Blüdenkasseln. Sie wollen unsere... Der Boden unter uns. Ich habe meine eigene Tochter an die kaiserlichen Hunde verloren. Vor vielen Jahren ist sie... Sie diente als Kampfführer. Das war ihnen egal. Und deshalb werde ich nicht eher ruhen. Bis jeder einzelne kaiserliche Soldat hier ist... Okay, ladies and gentlemen, that's funny. Ja, nur dazu, heute. Ja, was haben wir jetzt gelernt bis jetzt? Dass wir einiges hier zu tun haben in diesen Riften eigentlich. Ja, muss aber trotzdem sagen, in Englisch hört sich das Spiel trotzdem... Pfff... Mir stört es nicht, ob es jetzt auf Englische hier habe drin oder nicht auf Englisch. Mir stört das überhaupt nicht. Für ein paar Zuschauer ist es sicher ein bisschen blöd. Ich könnte es übersetzen, wenn ich wollen würde, aber ich will gar nicht, weil... Es würde jetzt eigentlich sogar das Flair zerstören eigentlich von dem Spiel jetzt gerade. Äh, das war ein Blitzern. Äh, Z-Stunden. Ja, knapp 10 Stunden sind wir 12. Riften was verkaufen. Da sind wir in Ende vielleicht doch für den Part noch in Riften geblieben, können wir sagen. Das stört jetzt eigentlich auch nicht. Besten Waffen von Rüstung. Das ist erstmal wieder von dir. So, das kannst du haben, den kannst du haben, den kriegst du nicht. Die kriegst du auch nicht, die kann mir. Ah, shit. Kannst du haben. Kannst du haben, kannst du haben. Kriegst du auch. Kriegst du es da auch. Okay. Kriegst du es da auch haben. Kannst du eigentlich auch haben. Kann auch haben, brauche ich auch nicht gerade. Schauen wir mal, ob er noch einen gehabt hat für mich. Jetzt hat er eigentlich zwei Tage vorbei sein. Ich glaube, zwei, drei Tage dazu und bis neue Spot. Mal länger, sagst du es mal. Ach, er lebt im Weißen. Ach Gott, wenn man das schon annehmen muss. Kann ich mir vorstellen. Bietlich sogar. Ja. Ich würde mal sagen, das war es da, Riften wieder. Bye-bye, Riften. Hallo. The next one. but ég, der wird es da. telling mir. Ich würde es da hin, mit dir sein. Das Verbrechen und die Korruption werden zuerstet, dass es uns... Der Flindlige Zifferling gehört uns an. Ah, ja. Oh mein Gott, Cellomare. Er ist ein stupider Mann. Okay, wir hätten wieder was gelernt, nur plötzlich der Beste. Der Rattenweg ist zu gut für diesen Abschaum. Unterhalb der Stadt gibt es alte Abwässertunnel. Soweit ich weiß, kommt ihr nur durch eine Tür abseits des Kanals. Ich an eurer Stelle würde meine Füße trocken halten und hier oben bleiben. Kommt wieder, wenn ihr mehr Gold ausgeben wollt. Ja, 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 ja. Lass mal rum. Let me in Ruhe. Let me in Ruhe. Wann bin ich da jetzt lang langgegangen? Ich weiß es wohl nicht. Mhm. 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 Eingang der Divis-Gelder. Leider, leider, leider noch nicht gefunden. Guck mal. Ich gebe prämierend. Eigentlich wäre es schon mal interessant, die Divis-Gelder grad zu machen. Guck mal, das ist jetzt gerade hier. Schauen wir es mal kurz da unten an. Da hat er Geschichte nicht hier unten. Jetzt hoffe ich weiß, ob wir ihn einbrechen könnten, wenn wir wollen würden. Hier ist der Rattenweg. Ja, 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 der Rattenweg. Bringt mir da eigentlich jetzt was? Nein, theoretisch nicht. Ja, ja, Kavika, ich kaufe schon was bei dir. Ja. Hm. Dann solltet ihr wissen, dass Mui und ich alte Bekannte sind. Wisst ihr was? Tut zunächst, was er verlangt. Ich behalte euch beide im Auge. Und wenn die Zeit gekommen ist, werde ich die Sache mit Mui reden. Meben, Schwarzton. Meben, Schwarzton. Dann auf einmal ganz lieb und nett. Kann man mir gar nicht vorstellen in dem Spiel. Das ist mir neu. Machen wir hier aus. Ich bin kein Gefährte, du Maul. Ach, Maul halt das Maul. Warte mal, warum bin ich hier rübergegangen eigentlich? Ach Gott. Warte mal. Warte mal, warum bin ich hier rübergegangen eigentlich? Ach Gott. Was hat es dann ein paar rein? Die bringt, will ich jetzt glaube ich gar nicht rein. Machen wir doch die Fischerecke hier. Ja genau, hier. Die Fischerei von Riften. Die wollte ich gerade eigentlich, aber die ist zu. Die ist zu. Die ist zu. Hier ist die zu. So. Schauen wir mal kurz rein. Okay. Alles gut. Gleich haben wir's. Wir haben's. Wir haben's. Aha. Guck mal. Guck mal, Lachs, Lachs. Dankeschön für's Schuppen. Guck mal. Kann ich meine Angel nehmen? Nein. Anscheinend nicht. Wow. Hier damit. Wir machen's aus, was was geht. Jetzt hab ich den Scheißkörper jetzt recht genommen. Ja. Ich will mal sagen danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal, wenn's wieder heißt. Wir spielen Skyrim. Und wir bleiben jetzt mal kurz hier. Und ich sag danke. Wir sehen uns wieder.